Hallo, ich bin Frau Lambrecht. Nach den theoretischen Grundlagen geht es nun weiter mit Praxisbeispielen und Hinweisen zu bestimmten Organisationsformen im Sport. Kommt mal mit! Können wir nun mit den Praxisbeispielen fortfahren? Gerne. Dafür sollten wir uns zunächst einige Symbole anschauen. Das X symbolisiert einen Lernenden ohne eine spezielle Blickrichtung. Die Dreiecke symbolisieren die Heranwachsenden bzw. die Lehrperson und geben die Blickrichtung an. Die Pfeile markieren eventuelle Laufwege. Fangen wir mit der Organisationsform, Paarbildung oder Dreiergruppe an. Die Anwendungsbereiche dieser Organisationsformen sind ähnlich und können ganz vielfältig sein. Beispielsweise bieten sie sich bei jeglichen Formen des Passens an, wie beim Basketball der Druckpass oder Bodenpass, beim Volleyball das obere oder untere Zuspiel usw. Auch das Seilspringen oder eine Hilfestellung beim Turnen kann als Paar oder in einer Dreiergruppe erfolgen. Durch die Arbeit zu zweit, zu dritt oder auch zu viert kann die Intensität der Übungszeit gesteuert werden und somit eine effektive Nutzung der Sportstunde arrangiert werden. Die Anordnung im Raum kann frei oder gebunden sein. Die Lehrperson stellt sich dann so zu den Paaren bzw. Dreiergruppen, dass sie die Lernenden und deren Übungen gut sehen und bei Bedarf Hilfestellung geben kann. Dann gibt es auch noch die Gasse. Die Gasse stellt eine gebundene Form der Partner- oder Partnerinnenarbeit dar. Die Lernenden bilden eine Gasse und je zwei Gegenüberstehende bilden ein Übungsteam. Dabei können die Paare bei Bedarf ganz einfach wechseln, indem sich die eine Gassenseite zum Beispiel einem Platz nach links oder nach rechts verschiebt. Ein Wechsel eines Partners oder einer Partnerin kann die statische Gassenform abwechslungsreicher gestalten. Die Anwendungsbereiche sind ähnlich wie bei der Paarbildung und der Dreiergruppe, wobei hier auch weitere Varianten möglich sind. Beispielsweise können die Bälle im Zickzack gepasst werden. Als Variation und Steigerung der Komplexität können zum Beispiel mehrere Bälle genutzt werden. Auf diese Weise haben wir eine Übungsvariation und Übungssteigerung bei derselben Organisationsform. Gleichzeitig verlieren wir keine unnötige Zeit durch Veränderung der Organisationsform. Genau. Ein großer Vorteil bei dieser Organisationsform ist, dass ein schneller Partner- oder Partnerinnenwechsel möglich ist und somit der Sportunterricht abwechslungsreich gestaltet wird. Zudem fördert es die Konzentration und Umstellungsfähigkeit. Mein Trainer setzt im Sportverein bei uns auch gerne sowas wie die Gasse ein. Wir stehen da jedoch nicht gegenüber, sondern versetzt. Ja, das ist die Gasse auf Lücke. Dies ist eine Sonderform der Gasse und bietet den Übenden die Möglichkeit, sich besser vor- und zurückzubewegen. Ich nutze diese Form gerne für Lauf- und Koordinationsübungen beim Lauf-ABC, für Dribbelübungen beim Basket oder Fußball und um Bewegungsabläufe beim Volleyball und Hockey zu trainieren. Hierbei können die Lernenden die komplette Breite der Halle nutzen und die Hallenlinien als Begrenzung sowie zur Orientierung einsetzen. Für Tauchübungen beim Schwimmen nutze ich auch oftmals die Gasse auf Lücke. Hier schwimmen die Übenden dann von Beckenrand zu Beckenrand. Und dann gibt es auch noch das Kugellager als Sonderform der Gasse. Hierbei formieren sich die Übenden in einem Doppelkreis mit dem Blick zueinander und die gegenüberstehenden Heranwachsenden bilden jeweils ein Übungsteam. Von Vorteil ist das Kugellager, wenn die Abstände zwischen den Lernenden gering gehalten werden müssen, zum Beispiel wenn es um das Spiegeln der Partnerin oder des Partners geht oder um Dehn- und Kräftigungsübungen in Partner- oder Partnerinnenarbeit oder mehrere schnelle Wechsel vorgesehen sind. Der Wechsel kann zügig durch Rotation des Innen- oder Außenkreises erfolgen. Können Sie mir noch etwas zur Blockaufstellung sagen? Ja, sehr gerne. Immer sonntags gehe ich in meinen Yoga-Kurs. Da nutzen die Trainer oder Trainerinnen oft eine Blockaufstellung. Diese kann sowohl statisch als auch dynamisch genutzt werden. Bei einer eher statischen Form formieren wir uns versetzt in Blockaufstellung und lassen uns ausreichend Freiräume, um uns zumindest am Ort etwas bewegen zu können und die Trainer oder Trainerin zu sehen. Anwendung findet diese Organisationsform unter anderem auch beim Tanzen, Step-Aerobic und bei Dehnübungen. Auch geordnete Formen des Seilspringens und der Ballkoordination sind möglich. Diese Aufstellungsform macht immer Sinn, wenn die Lehrkraft oder ein Kind vorne etwas vormacht und die anderen es nachahmen. Die Blockaufstellung kann auch als Startaufstellung für Fortbewegungsaufgaben genutzt werden. Ein Beispiel für eine dynamische Form der Blockaufstellung sind Lauf- oder Koordinationsübungen beim Lauf-ABC. Welche Beispiele fallen dir dazu ein? Ich kenne diese Blockaufstellung vom Basketball. Ich selbst setze sie im Sportverein ein, wenn meine Übungsgruppe Dribbelübungen durchführen soll. Dann dribbeln sie hintereinander bis zur anderen Hallenseite. Das habe ich mir von meinem Trainer abgeguckt. Die erste Reihe startet und ab einer bestimmten Markierung oder einem Signal folgt die zweite Reihe und so weiter. Diese Organisationsform bietet sich also an, wenn ein individuelles Üben, zum Beispiel in einer Gasse auf Lücke, bereits vollzogen worden ist und die Lernenden zumindest eine Grobform der Bewegung bereits beherrschen. Dann sind die Lernenden auch in der Lage, sich dem vorgegebenen Tempo anzupassen. Mir fällt da auch noch die Kreisaufstellung ein. Die würde sich gut bei den Übungen eignen. Ja, sehr richtig. Die nutze ich sehr gerne im Unterricht, um Seilspringen oder Ballkoordination zu üben, aber auch für Dehn- und Kräftigungsübungen sowie Rhythmusschulung. Ein Nachteil, den diese Form mit sich bringt, ist sicherlich, dass manche Schülerinnen und Schüler die Lehrkraft nicht so gut sehen können. Auch die Lehrkraft hat die Lernenden nicht so gut im Blick. Deshalb bietet sich oftmals besser eine Blockaufstellung an oder, wenn die Gruppengröße überschaubar ist, ein Halbkreis. An die Halbkreisaufstellung habe ich auch schon gedacht. Diese Aufstellung bietet sich doch immer an, wenn eine Demonstration stattfindet. Die Heranwachsenden formieren sich dann im Halbkreis mit Blick zum Demonstrierenden. So kann ich jeden sehen und Korrekturhilfen geben. Und gleichzeitig kann mich jeder sehen. Ja, und nicht zu vergessen ist der Riegenbetrieb. Der Riegenbetrieb ist im Ablauf ähnlich wie die Blockaufstellung. Hier stehen die Übenden in einer Startaufstellung hintereinander und führen gemeinsam Fortbewegungsaufgaben durch. Zum Beispiel beim Boden- oder Gerätetouren. Die erste Reihe startet und ab einer bestimmten Markierung oder einem Signal folgt die zweite Reihe. Dies bietet sich an, wenn die Gruppe leistungsheterogen ist. So können mehrere Riegen zur Differenzierung genutzt werden. Beispielsweise ist es möglich, dass eine Riege in derselben Zeit mehr Durchläufe erzielen kann als eine andere Riege. Ach, und ganz klassisch fällt mir noch die Stationsarbeit ein. Ja, das stimmt. Führen Sie das doch bitte weiter aus. Was ist bei der Stationsarbeit zu beachten? Sie kann zum Beispiel für Koordinationsübungen oder Technikübungen beim Parcours eingesetzt werden und natürlich beim Krafttraining. An den einzelnen Stationen werden dann die verschiedenen Muskelgruppen angesprochen. Ja, das sind gute Beispiele. Als Hinweise habe ich noch Folgendes. Die Übungsintensität kann durch die Sozialform bestimmt werden, je nachdem, ob die Stationen in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit absolviert werden sollen. Bei einem Stationenbetrieb werden zu einem bestimmten oder mehreren Themen in der Regel vier bis sechs Stationen aufgebaut, an denen die Lernenden Übungen absolvieren. Nutzen Sie am besten Laufzettel. Auf diesen Laufzetteln stehen konkrete Arbeitsaufträge für das Stationenlernen, eine Kurzbeschreibung sowie eventuell die Information, ob es sich um eine Pflicht- oder Wahlaufgabe handelt. Binden Sie die Lernenden unbedingt in den Aufbau der Stationen ein. Visualisieren Sie dafür den Aufbau mit entsprechenden Markierungen für die Stationen und stellen Sie die entsprechenden Geräte und Materialien zur Verfügung. Auch dies fördert die Selbstständigkeit der Lernenden. Stehen Sie zur Verfügung und nehmen eine Rolle als Lernbegleiter ein. In diesem Sinne möchte ich Ihnen noch folgenden Hinweis geben. Oftmals bietet es sich an, die Stationsarbeiten im Sinne einer subjektorientierten Methodik offen zu gestalten. Nach Deretschik und Menze kann die Selbstständigkeit und Partizipation der Lernenden an Stationen bei der Auswahl der Stationen, den Bewegungsideen an den Stationen, der Reihenfolge sowie der Aufenthaltsdauer an den Stationen gefördert werden. Beispielsweise macht es selten Sinn, dass alle Lernenden jeweils fünf Minuten an einer Station arbeiten und dann im Uhrzeigersinn nach Ansage der Lehrkraft wechseln. Dies kann eventuell noch beim Krafttraining in einem Zirkeltraining Sinn machen, einer speziellen Form der Stationsarbeit. Meistens ist es aber effektiver und motivierender, wenn die Lernenden entsprechend ihrer Voraussetzungen unter anderem die Reihenfolge der Stationen und die Dauer selbst festlegen. Die Partizipation der Lernenden fördert nicht nur überfachliche Ziele, wie unter anderem Demokratieerziehung, sondern hilft meist auch bessere Leistungen bei den angestrebten, motorischen Lernzielen zu erreichen. Das waren jetzt viele Beispiele und Hinweise. Sie sind ja schon länger als Sportlehrkraft tätig. Haben Sie noch abschließend weitere allgemeine Hinweise zu Organisationsformen für mich, die Ihnen in Ihrer Praxis geholfen haben? Aber sicher doch! Achten Sie bei Ihrer Auswahl einer Organisationsform auf die Anzahl der Lernenden, Ihre Verteilung im Raum und die Anordnung der Geräte zueinander. Die eben exemplarisch besprochenen Organisationsformen sind immer an die Situation vor Ort anzupassen. Dies bedeutet, dass sie unter anderem auf die Größe der Sporthalle, in der der Unterricht stattfindet, abgestimmt werden müssen. Mir hilft die Erstellung einer Skizze, in der die Anordnung der Geräte und die Aufstellung der Lernenden festgelegt ist. Oftmals impliziert die Organisationsform einen bestimmten Auf- und Abbau von Materialien und Geräten. Deshalb beziehe ich in meinen Überlegungen zur Auswahl der Organisationsformen auch den Aufwand für den Auf- und Abbau ein. Ich frage mich, inwieweit der Auf- und Abbau gerechtfertigt ist oder ob es eine einfachere Möglichkeit gibt durch eine andere angemessene Organisationsform. Wenn ein Auf- und Abbau notwendig ist, visualisiere ich diesen und beziehe die Lernenden mit ein. Stichwort Methodenanwenden bzw. Methodenkompetenz aus dem Rahmen Lehrplan Sport. Und denken Sie immer an Ihren Standort als Lehrkraft. Sie sollten Ihren Standort stets so wählen, dass Sie einen guten Überblick über die Gruppe haben und von den Lernenden gesehen und gehört werden können. Ich danke Ihnen vielmals. In Zukunft werde ich für meinen Unterricht, aber auch in Ganztagsangeboten sowie meinen Sportangeboten im Verein immer sorgfältig die Organisationsform planen, um eine möglichst strukturierte und hohe Übungszeit mit einer hohen Motivation der Lernenden zu ermöglichen. Super, das war jetzt recht viel. Lassen Sie uns doch nochmal alles zusammenfassen. Können Sie das übernehmen? Ja, ich denke schon. Organisationsformen helfen eine Ordnung in den räumlichen Strukturen der Turnhalle und weiteren Sportanlagen zu schaffen. Was hatten wir da noch? Ach ja, Organisationsformen werden nach Aufstellungs- und Betriebsformen unterschieden. Einige Autoren nennen das auch gebundene und ungebundene Organisationsformen. Für die Praxis existieren eine ganze Reihe von Organisationsformen, die sinnvoll eingesetzt werden können. Dazu gehören unter anderem Paar- oder Dreiergruppe, die Gasse, Blockaufstellung, Kreis- und Halbkreisaufstellung, Kugellager, Riegenbetrieb und die Stationsarbeit. Sehr gut, Respekt, Herr Kollege. So, und jetzt seid ihr an der Reihe. Ihr habt viele Informationen über Organisationsformen erhalten und auch einige kennengelernt. Notiert euch zu fünf Organisationsformen mindestens ein eigenes Beispiel. Viel Freude und Erfolg!